So hallo, da sind wir wieder in einer komplett ganz tutti frischen Aufnahmesession. Ich habe mich jetzt, wir waren ja im letzten Bad, ein kleines bisschen, aber auch ein ganz kleines bisschen gestorben. Und ich habe mich schon mal durch den ersten Raum da hinten wieder durchgeprügelt, quasi diese mit den komischen Flatterviechern, die so ultra hoch quieken. Und ja, ich stehe jetzt hier wieder vor dem Abgrund, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Und ich hoffe jetzt einfach mal, wenn wir das Licht ausmachen und runterhüfen, dass wir dann, ja, vielleicht mal nicht sterben. Ich bin da auf jeden Fall ein großer Fan von. Aber. Das wird wohl nichts werden. Wenn wir weiterhin so eine Scheiße produzieren. Na komm schon! Ich glaube, das sieht aber schon ganz gut aus, wo wir sind. Nein, 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 nein! Mein Gott! So, ich glaube, wenn jetzt noch einer kommt, dann, äh, war es das. Ja, alter! Granaten! Hast du irgendwie einen am Zückerli oder was? Granaten bringen mir gerade mal überhaupt nichts. Ich brauche ja jetzt gerade ein bisschen Medic. Medic! Medic! Ähm. Ja, aber ich befürchte gerade so ein bisschen. Das wird ein Nette. Ist das auch eine Pumpe? Das ist auch eine Pumpe, oder? I, äh, just sing so. Ohne, wo sind wir hier eigentlich, wenn man das mal so ganz... Ach, da sind immer noch die Katakomben. Ja, richtig, ich war jetzt gerade am Grübeln. Äh, Moment mal, hat das Spiel nicht irgendetwas mit dem Metro zu tun, oder was? Ja, äh, hat das wohl. Komische Metro. Naja. Russland, das Reiseziel ihrer Träume. Besuchen sie uns auch bald wieder. Allerdings haben wir jetzt noch ein bisschen genug Schuss für de, äh, für de Pumpe. Drück mir jedenfalls hier drauf, vielleicht, ähm... Sterben wir dann jetzt gleich. Ja, klar. Nein, 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 aus, 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 ab ins Körbchen. Boah, mir geht's so mies. Na, kommt schon. Ich habe nicht unbedingt das bestreben, hier raus zu gehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir hier noch warten müssen eigentlich. Ich glaube, es war's, oder? Jungens, wie mir einer am Zipfel geht gerade, ey. Na, was ein Glück, dass wir jetzt endlich rauskommen. Boah. Also, so ganz ohne Heilung ist das jetzt echt schon nicht so eine geile Sache, ey. Hat es denn mal gespeichert? Na ja, so viel zum Thema rauskommen und so, ne? Da hat doch, da hat doch schon wieder was geknistert. Oh. Da war Heilung bei, oder? Oh ja, Baby. Das ist Munition. Ähm. Ich glaube, das war erstmal, ach, warte mal, wir könnten mal ganz kurz, eben sehe ich gerade. Mal ein kleines bisschen für Illumination sorgen, nicht wahr? Ja, sollen wir mal ganz genau umschauen, nicht, dass wir hier noch irgendwas vergessen. Äh, ja, da können wir auch mal ein bisschen nachladen, genau. Oh ja. Wahnsinnig tolle 10 Schuss. Ich glaube, da bleiben wir doch lieber bei der Pumpe. Ja, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Was? Was bist denn du, ey? Ja, das war ja ganz pfiffig. Ich gebe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt ein Bosskampf. Oh. Ich glaube, wir sollten dem ausweichen. Warum habe ich das Gefühl, dass es irgendwas mit diesen Säulen zu tun hat? Dass wir ihn irgendwie dazu bringen sollten, diese Säulen wegzumatschen. Genau so. Hoppala. Ah, komm schon. Hallo. YouTuber. Komm mal her, Digger. Hier. Juhu. Juhu. Na, komm. Hallo. Juhu. Hallo. Guck, guck. Oh. So, ich glaube, wenn wir das Ding jetzt hier... Na, komm. Hier. Komm her, Digger. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen... Oh, nee. War richtig. Er hat sich jetzt irgendwie verpisst. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel schießen... Oh Gott, das war ja... Das war richtig schlecht, ey. Ähm. Ich hätte das absolut nicht machen dürfen, weil... Äh, jetzt... Jetzt, äh... Jetzt, äh... Äh, 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 Munition und so, ne? Scheiße, wir hatten auch gerade noch 46. Wo sind denn die alle hin, sag mal? Da liegt doch schon wieder irgendwas. Das finde ich gut. Da. Genau das wollte ich... Ey. Ey, ich will das haben. Oh, Sniper-Munition. Diese gute Sniper-Munition, die ich, äh... Wofür ich immer noch keine Waffe habe, im Prinzip. Oder ich bin einfach wieder zu blöd. Ähm, okay. Jetzt können wir auf jeden Fall mal hier ein bisschen... Ah, nachladen. Das wird Shane, doch. So, und da können wir auch noch mal ein bisschen nachladen. Genau. Und da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Na gut. Werden wir ihn hinkriegen. Für lange ist denn der Partner eigentlich noch drei Minuten oder so, ne? Oh, ne. Oh, ja, klar. Heute auch noch mit einem... Mit seinem kleinen hässlichen Freund. Nö. Nö. Droneeben, droneeben. Na, okay. Der war jetzt... Wo bist du denn, Dicker? Ja, komm, grunst dich nicht rum. Lass mal lieber die Holt ein. Oh, macht er. Wollte ich noch gar nicht drauf hinweisen. Wo ist er jetzt? Ey, du kleines Wildschwein. Ja, oi, 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 hier. Ja, war schon... War schon nie so verkehrt. Ja, da ist verletzt jetzt wieder erstmal die halbe Fassade hier aus dem... Was mit... Ja, haha, hier. Hatten der für ne Schäde, ey, der muss doch wehtun. Uhu. Hier drüber. Nicht nur auf Guka, einfach kommen. Na, komm. Boing. Hier. Oh, eskaliert ihr hier alles schön weg. So, aber wie viele Sachen haben wir denn hier noch? Macht ihm das eigentlich Schaden? Oder rennt der ja einfach überall durch? Ich glaube, der rennt einfach überall durch, ne? Das gab mir so ein bisschen meine Vermutung. Na, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen füllen wir gerade mal ein bisschen unseren Stand auf. Hey! Komm her, wir haben noch ein bisschen. Oh. Aber davon abgesehen, dass der einfach mal, äh, schnell ist. Finde ich, ist das jetzt nicht so der Hardcore-Gegen... Ich hol mir mal, was kurz mitgeht rein. Wo ist er denn jetzt schon wieder reingerasselt? Oh! Hoppala! Oh, er wird gerade ein bisschen... Er wird gerade ein bisschen garstig, merke ich. Oh, fuck. Ich glaube, ich hätte nicht die ganzen, äh... Hindernisse im Vorausblatt machen sollen. Ah, komm schon. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hätte nämlich gerade schon wieder so einen kleinen Scheißer gesehen. Oh, warte mal. Ich glaube, er ist fit. Ähm, was jetzt? Das gefällt mir nicht. Ähm, nein. Ganz und gar nicht. Das gefällt mir nicht. Vielen Dank.